So, weiter geht's mit diesem Level hier. An dieser schönen Stelle, ich habe mich erinnert eben, als ich das Spiel gestartet habe, das hier ja was war, wo ich nicht weitergekommen bin. Deswegen muss ich mal gucken, ob ich das diesmal hinkriege. Ich glaube, das sieht viel besser aus als das letzte Mal. Jetzt hätte ich vielleicht schieben sollen. Gut, habe ich ihn erwischt? Er ist weg, er ist weg, ähm, gespeichert. Das muss man auf jeden Fall speichern. Mikro richten, okay. Wo ist denn da noch einer? Da ist einer. Da wäre ich ja selbe gewesen, oder? Wir wissen auf jeden Fall, ähm, das war, nein! Hetzt aber weiter, bitte schön. Blödes Spiel. Okay, ähm, was wollte ich sagen? Wir wissen auf jeden Fall, dass ich nicht mehr weiß, was ich sagen wollte. Und dass da noch einer ist. Ich glaube, das wollte ich ja. Ähm, ich selekte doch eigentlich gar nichts, aber woran liegt das, dass ich da und da... Oh, da war irgendwie noch einer. Ja, so ein komischer Gelber. Weiß nicht, was der da jetzt zu suchen hatte. Aber er wollte mich nicht diesen grünen Hulk vernichten lassen. Ich guck gerade... Oh, ich seh den sogar. Kann ich ihn da eigentlich wohl austricksen. Aber ich frag mich noch, wo dieser Rote ist. Wo kam der her? Der kam bestimmt aus dem Nichts. Jetzt ist der Arsch gewesen. Der ist tot. Ähm, ich hab zwar nur noch sechs Schild dabei, speichere trotzdem, weil... ...das auf jeden Fall ein guter Erfolg ist. Ich hoffe mal, die zwei Bösen Hikes ausgeschaltet zu haben. Da ist sogar... Ne, der ist er noch, glaube ich. Ich glaub, der will einfach nicht sterben. Wo ist denn jetzt der Rote? Wo kam der her? Ja, das war... ...erwartbar. Basisausrüstung geht ja mal gar nicht. Ich will ja schon mal einen Laser 3 behalten. Deswegen brauche ich alsbald... ...etwas Schild. Boah, der schießt mich direkt... Oh. Wieso kann der mich nicht einmal nicht sehen? Na ja, das wird jetzt eine knifflige Angelegenheit. Hat der nicht irgendwie mal... ...irgendwann keine Energie mehr? Kann nicht mal schießen? Das wäre auch nicht schlecht. So, Juhi. Ähm, hat der mich jetzt erschossen? Oder war das wieder der Rote? Das habe ich nicht ganz mitgekriegt. Na komm, wir gucken erst mal hier. Ja, das... Ich erinnere mich wieder. Da war ja was. Da war was. Da sind auch eine ganze Menge Gegner. Und ich habe nur noch 6 Schild und 40 Energie. Das wird... ...sehr amüsant. Irgendwas hat mich abgeschossen. Ich weiß noch nicht genau was. Kann ich nicht einfach jetzt da rüberfliegen? Oder woran lag das denn? Ja, da ist ein Rote. Ich glaube da ist irgendwie eine Energieaufladezentrale. Die kann ich auch gut gebrauchen. Aber noch mehr kann ich Schild gebrauchen. Ich würde doch ganz gerne erst mal den hier töten. machen wir jetzt mal... Machen wir jetzt mal... Mh... Das war eh die falsche Seite. Ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich das irgendwie verändern kann. dass es mit links anfängt zu schießen. Ich gehe mal näher ran. Sonst kommt... Ja, da kommt jetzt einer. Ja, jetzt weiter. Immerhin weiß ich jetzt, wo er herkommt. Dann kann ich ihm jetzt nämlich auch ausweichen. Und ihm das Fürsten lernen. Lehren. So, komm her. Ich warte auf dich. Ich weiß, dass du da bist. Ah ja. Irgendwann brennt man so nach den Füßen. Und dann kommt er hervor. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Neun. Merken wir uns das. So, nochmal. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Nein, nicht so ganz. Aber es war schon ein guter Ansatz. Ähm. Alt. Wo bist du? Da bist du. Mr. Alternativ. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Da war ich irgendwie zu schnell. Na, das wird schon was. Keine Sorge. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. 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 Acht. Neun. Hallo? Habe ich irgendwie falsch gezählt? Uh. Oh, ist der Fehler. Finde ihn. Menschliches Versagen. Roter Maschinelles. Ich bin jetzt schon ganz nah dran. Hallo? Da kommt er. Und er erwischt mich immer wieder. Immer wieder. Das ist eine sehr schwierige Stelle. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Verweil ich mich langsam. Stirb einfach. Er verfolgt mich und ich treffe ihn nicht. Ich verstehe es nicht. Bin ich so unfähig? Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Der war zu früh, Junge. Schämst du dich nicht? Aber kaum kommt der zu früh, klappt es sogar. Jetzt wollte ich gar nicht speichern kommen. Andere. Ja, das ist sehr seltsam. Die haben sich verbündet. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Irgendwie seid ihr mal zu früh dran. Wieso? Ich habe da keinen Platz zum Ausweichen. Das ist nervig. Herr Restorea. Nicht weiter. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Das war ich doch zu schnell. Huuu. Wuuu. Wuuu. Es war so klar, dass er noch lebt. Aber ich nicht mehr. Es war nicht sehr klug, mit so wenig Schild zu speichern. Da habe ich immer nur eine Chance. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Und. Ja, das war eigentlich perfekt ausgewichen, aber nicht getroffen. Das war getroffen. Jetzt weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Okay. Bin ich schon in Sicherheit? Jetzt will ich nämlich erstmal speichern. Ein Schild holen wir auch nicht schlecht. Wo kommt denn jetzt diese Energie daher? Habe ich die vergessen? Ja, wir erinnern uns. Hier ist der Hauptraum. Ich habe hier drüben überall schon alles abgegrast. Also hier oben, hier unten oder wie auch immer. Ich habe oben. Das ist richtig. Man muss immer auf die Schilder achten. Die sind dann in richtiger Dings. In richtiger Position. Also hier unten, die blaue Tür. Den Schlüssel habe ich oben geholt. Und hier können wir jetzt hoffentlich weiter vorankommen. Ich komme voran. Ihr seht es hier. Das war blöd. Das war blöd. Wie sauer ich brauche. Doch. Ich habe rausgefunden, wie ich die Bomben benutze. Ich weiß gerade aber nicht, ob ich sie hier so gebrauchen kann. So. Ähm, da war noch ein grüner und da ist auch noch ein grüner. Soll ich es mal so versuchen? Er ist nicht gestorben. Er weicht wie ein Magier aus. Und dann kommt aus dem Hinterhalt, keine Ahnung wo. Ich habe alt gedrückt. Ich verstehe es dir schon. Ich bin schon mal nicht glatt. Ähm, aus dem Hinterhalt kommt irgendwo einer. Von allen drei Seiten werde ich halt bedroht. Das ist das Problem. Ja, so soll das sein. Jetzt schnell weg, schnell weg, schnell weg. So, speichern. Ich habe noch 41 Energie. Das ist, glaube ich, nicht das große Problem, sondern eher, dass ich kein Schild habe. Aber ich raste jetzt mal hier durch. Ich hoffe, dass hier keiner ist. Ist ja alles leer. Aber jetzt komme ich gleich. Ja, ich komme nur noch blauer dazu. Als hätte ich nicht gewungen, schon mit dem grünen und dem roten zu tun. Ich sehe schon kommen. Ich muss irgendwie einen älteren Speitestand laden. Einfach, weil ich weiß, wo ich bin. Ja, ja. Ähm. Hä? Ah, okay. So, speichern. Ähm. Ja, keine Ahnung. Was soll ich machen? Es wäre ja blöd, wenn ich jetzt hier erstmal ausschalte und dann keine Energie mehr habe. Deswegen gehe ich jetzt einfach den Weg, den ich jetzt schon mal frei gehe. Ja, haha, ist das wirklich? Oh, komm, denn ist der Rote da her. Der war doch um Blaue. Ich fühle mich so verarscht. So, ganz schnell hier durch. So, speichern. Ja, aber das war blöd. Ist der tot? Nein, ist er nicht. Aber er hat mich nicht getroffen. Er hat mich nicht getroffen. Und er gibt mir sogar Energie. Das ist sehr großzügig. Ah, das war der. Okay. Das hier ist ja ein Rundgang. Und von hier aus kann ich den auf die Böse dann erschießen. Aber vielleicht kommt er jetzt her. Deswegen leide ich neu. Und. Gehe hier weiter. War das hier? Ach, ich bin so verwirrt. Ja, das war hier. Ich bin sehr unvorsichtig beim ersten Mal. Aber dann weiß ich, wo der Gegner steht. Und dann kann ich neu laden. Wie im echten Leben. So, ja, ja. Jetzt bin ich wieder falsch. So, ähm, hier war der blaue. Hier war der. Ja, die Wände sind auch köstlich. Die kann man... Da können sich die roten leicht drin tarnen. Aber die blauen nicht. Die kriege ich jetzt. Wo ist er denn? Da ist er. Trifst mich nicht, du Trottel. Er ist nicht gestorben. Ich sehe ihn auch nicht mehr wirklich. Da kann man hier sich irgendwie Licht machen, aber... Ich habe mir nicht herausgefunden, wie. So. Ja, hä? Wo kommt er denn jetzt her, dass... Eben... Was? Eben ist er gerade noch... ...in Sicherheit geflogen, scheinbar. Ja, den hatte ich vorher gewohnt. Jetzt sind es 8.2. Das ist gut zu wissen. Ich glaube, der eine ist tot. Und der Rote sollte kein Problem sein, auch wenn er bestimmt einer vielleicht töten darf. Ja, das... Ich habe ja nur... ...meine Vorhersage erfüllen wollen. So. Komm her, Rote. Er ist tot. Das ist sehr brav. Da ist noch einer, der jetzt ganz aggressiv hier. Und ich bin so ein Meister am Ausweichen, dass ich natürlich gleich mal nicht ausgewiesen bin. So, komm her. Ich habe jetzt den selben Schuss wie er, glaube ich. Ich weiß nicht. Oh, jetzt kann ich mich weiter. Ich muss echt erstmal in Sicherheit rennen, wenn ich einen umgebracht habe. Und dann mich langsam wieder vortasten. Ja, er ist tot, er ist tot. Jetzt weg, jetzt weg, jetzt weg und speichern. So. So, ganz vorsichtig an die Sorge. Ganz behutsam ran gehen. Mein großer Fehler war, wie gesagt, mit so wenig Schäden zu speichern. Aber der ist so aggressiv. So, da oben, den hatte ich schon, oder? Ja, dann ist endlich mal ein bisschen was Ruhe eingeführt. Oh, da musstest du da hin. Oh, hier ist alles leer. Cool. In der Schein, vorher sind alle rausgestürmt. Oder komm, wenn ich einen Schlüssel angesammelt habe. Der, der habe ich eh noch nie gesehen. Sehr ungewöhnlich, ein gelber Schlüsselchen. So, ich muss auf jeden Fall hier hin. Das darf ich nicht unterlassen, weil ich einen Schlüssel auf jeden Fall brauche. Rote, blau kannte ich bisher. Ich glaube, grünen gibt es auch noch. Ah, ja. Ja, die kommen raus, sobald ich einen Schlüssel habe. Und dann probiere ich das doch mal mit den Bomben. Soll ich das? Ich glaube, ich probiere es mal. Die platziere ich sie. So. Und. So. Ich könnte vielleicht vorher irgendwie mich ausrüsten sollen und vorbereiten sollen. aber, nee, das ist nicht so eine gute Stelle, um Bomben zu benutzen, glaube ich. Das geht nicht so ganz. Aber vielleicht schaffe ich es ja, ihn einzusammeln und direkt abzuhauen. Nee, das klappt das so. Wie soll ich denn bitte schön hier den gelben Schlüssel einsacken? Ich verstehe gerade nicht, wie ich das machen soll. Ich kann ihn auch nicht irgendwie mit Magneten anziehen und dann... Das ist nicht so gut. Auf jeden Fall mal so hinstellen, würde ich sagen. Lali-la. Ich lebe, ich lebe, ich lebe. Warum lebe ich? Warum bin ich so genial? Das ist echt genial. Schauen wir mal, ob wir die einfach ignorieren können und dann gehen wir weiter. Ich glaube, das ist auch nicht so schlimm, wenn ich da oben was ja passt. Da gibt es, glaube ich, eh nichts. Nur fiese Gegner. Was ist das jetzt? Das macht mir ein bisschen Angst. Ein klein wenig. Das sieht sehr seltsam aus. Hä? Okay. Okay. Ah ja, jetzt ergibt es ein bisschen mehr Sinn. Ich glaube, das sind diese gefangenen Leute da. Dann befreien wir die nochmal. Ich brauche genauso Geschüsse, als hätte ich einen normalen Laser. So, es gibt nämlich Punkte, aber dafür muss ich auch die Mine verlassen. Deswegen muss ich auf jeden Fall jetzt Exit suchen, bevor ich nicht einen roten Hals, sondern einen Reaktor fände. Ich habe das im letzten Level falsch gesagt. Das ist jetzt nicht der Halb. Das ist der Reaktor. Aber die kann man ja mal ganz leicht erwechseln. Ähm, ich habe keinen roten, kann es sein? Ja, mir fehlt noch der rote. Ja, ähm, wisst ihr, warte ich mal, das ist jetzt mal eine Pause. Das wird noch mindestens ein Video lang dauern. Bis gleich, ne?